was war das bitte für eine kranke band ist und damit servus youtube herz willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und zwar wollen wir uns heute zusammen die top 10 meter decks des kommenden formats anschauen und vor allem da auch mal schauen welche dieser decks können denn tatsächlich alle mithalten weil wir haben jetzt tatsächlich ein sehr sehr großes format und ich glaube auch ein sehr ekliges format ich könnte mir also vorstellen dass wir da so eine kleine handrap schlacht bekommen weil wir haben tatsächlich sehr sehr viele decks von denen man sagen kann hey die können alle toppen und naja die band ist hat uns da das eine oder andere deck natürlich wieder zurückgebracht was sehr sehr großes potenzial hat ich meine ihr wisst selber um welche decks es dort geht und die wollen wir uns heute ganz in ruhe im detail mal anschauen welche decks davon könnten die contender sein und welche sind sowieso schon die starken decks gewesen und bleiben weiterhin die starken decks da schauen wir ein bisschen drüber und vor allem was sich durch die band ist so verändert hat da wollen wir auch so ein bisschen drüber schauen wie werden die decks so gespielt was könnte sich verändern im kommenden monat werden wir natürlich trotzdem noch mal die top fünf meter decks uns anschauen weil bis dahin sollte das format sich ein bisschen gesolved haben und dann wissen wir noch ein bisschen genauer welches deck ist jetzt wirklich das top deck und welche decks sind wird es vielleicht eher so im tier 2 bereich vertreten aber nicht desto trotz denke ich haben wir heute so ja das eine oder andere deck dabei was wirklich sehr sehr interessant ist und ich würde sagen lasst dem video wie immer einen daumen nach oben da würde mich sehr freuen und ja starten wir mit der nummer 10 platz 10 ist das gute eltlich deck und ja wir müssen natürlich heute auch noch über eltlich sprechen und ich habe dieses deck bewusst relativ weit nach hinten gesetzt weil es vermutlich oder aus meiner sicht das beste background deck ist was wir aktuell noch haben oder sagen wir vielleicht mal das beste oder eines der besten control decks was wir haben das problem ist bei eltlich eltlich kann man leider aktuell nicht mehr höher ranken weil das problem ist es hat ein ganz ganz großen part seines decks verloren und zwar den sudi part weil eltlich sudi ist so wie wir es davor gespielt haben nicht mehr möglich das heißt wir können keine treten pops auf das eltern mehr haben um dann eben damit bloß zu generieren sowas ist nicht mehr möglich das heißt es gibt nur noch die möglichkeiten von eltlich eben über zum beispiel die dogmatiker sachen zu spielen was wir sowieso schon kennen ich meine das ist immer noch eine starke sache mit den dogmatikern aber ich weiß nicht ob eltlich alleine noch genug potenzial hat weil dieses deck hat wirklich sehr sehr langsam ist und wir haben so viele schnelle decks gerade die das ganze ja überrennen trotzdem sollten wir eltlich mit vorsicht genießen ist auf jeden fall deck was immer potenzial hat und generell durch karten wie dogmatiker punishment jedes deck was diese karten spielen kann ist natürlich enorm stark und ich glaube wir alle wissen wie enorm gut diese ganze dogmatiker engine ist die man da generell spielt aber nicht nur dogmatiker ist hier ein thema denn was wir so gesehen haben ist vor ein zwei monaten kamen so die leute auf die idee lasst doch einfach mal streich buben eltlich spielen und natürlich gibt es auch noch solche varianten und ich könnte mir vorstellen dass man ja rank hits eltlich er sehen wird als eine pure eltlich variante generell hat ja auch glaube ich diese streich buben varianten hat da habt sogar was von getoppt was ja sehr sehr interessant war als ihr die decklisten dann noch mal sehen wollte vielleicht blende ich zwischendurch noch mal welche ein kann ich aber euch noch nicht versprechen weil ich werde nicht zu jedem deck hier heute schon eine deckliste parat haben ist noch ziemlich früh im neuen format deswegen kann ich euch da nichts versprechen aber gibt es auf jeden fall auf card cluster da könnt ihr auf jeden fall auch mal vorbeischauen ansonsten eine weitere variante über die wir uns hier auch noch mal ganz kurz unterhalten müssen ist natürlich die gute variante mit dragoon eltlich dragoon ist natürlich nach wie vor eine variante die man problemlos spielen kann weil dragoon wurde auf der band ist nicht angefasst und ich glaube ja da sind viele leute sehr sehr unglücklich drüber aber wir haben uns ja schon auf der band ist prediction und auch in den band ist talk noch mal drüber halten also ich bin mir nicht sicher ob diese karte wirklich noch ein problem darstellt weil man kann sie wirklich gut outen ist natürlich eine sehr sehr starke karte die nach wie vor spiele gewinnen kann ist immer so eine sache es gibt zwei meinungen zu dieser karte viele leute sagen sie finden sie wirklich zum kotzen kann ich irgendwo auch nachvollziehen aber wir müssen uns jetzt mit dragoon arrangieren und ich glaube auch nicht dass der unser format absolut dominieren wird da werden andere karten deutlich präsenter sein ansonsten kann natürlich eltlich sämtliche traps spielen und natürlich auch die gute imperial order die in diesem format sicherlich auch eine große rolle spielen wird gerade wenn man sky striker wieder zurückbekommen hat eine karte auf die man da besonders noch mal achten muss ansonsten natürlich auch alle weiteren solums die dieses deck spielen kann und generell natürlich auch alle weiteren traps sind das also das sind einfach nur mal so zwei beispiele die ich dafür einfach noch mal nennen wollte und natürlich kann man darin auch handtraps spielen das deck hat genug platz und da wir eine handtraps schlacht bekommen werden denke ich ist das auch ein solider call und ich bin gespannt wie sich dieses deck hier entwickeln wird deswegen für mich auf platz nummer zehn eltlich kommen wir zu platz nummer neun und zwar zum guten ad ignister deck thema was gerade in der letzten woche zweimal einen top erzielen konnte denn es war zweimal vertreten in den top 8 bei der remote dual imitation qualifier deswegen ein deck was wir auf jeden fall heute auf diese liste mit aufnehmen müssen und ja dieses deck ist wirklich sehr sehr gut weil es wirklich sehr konstant ist zum einen hat es eben den guten aggie der einer der wichtigsten searcher des decks ist und das ist eine sehr sehr wichtige karte zusätzlich natürlich auch pikari glaube ich ja ich kenne mich mit den deck jetzt nicht hundertprozentig aus aber ich glaube das sind einfach zwei der wichtigsten searcher des decks zusätzlich natürlich die neue karte aus lightning overdrive ai driftig auch eine weitere wirklich gute suchkarte für dieses deck und natürlich seine gewinnung das alles sind so die konstanz karten des decks die natürlich auch immer für decks sprechen wenn sie eben ganz ganz viele suche haben um ein deck wirklich konstant zu machen dann haben sie natürlich noch ein extrem krasses boss monster was von anderen karteneffekten unberührt bleibt und selber einen riesen tower wird weil er hat 1000 angriffspunkte für jedes material mit dem er beschworen würde bekommt das heißt hat man teilweise richtig probleme das ding eben zu orten und deswegen ist dieses deck halt auch teilweise extrem gefährlich und man sollte das nicht unterschätzen weil so ein ding zu orten ist schwierig ihr kennst von dragoon der ist teilweise auch schon schwierig zu orten und dann halt noch ja das ganze ist auch mal ein bisschen anders ein bisschen besser vielleicht sogar deswegen definitiv nicht unterschätzen und zusätzlich hat natürlich dieses deck weil es halt ein combo deck ist was auch auf link klein eben spielt ganz ganz leicht die möglichkeit über den guten access core talker zu otk und das ist auf jeden fall eine der möglichkeiten die dieses deck für sich so bereithält auf jeden fall deck was man auf dem schirm haben sollte deswegen für mich aktuell platz nummer neun platz nummer acht ist das gute salman great deck ja dieses deck wurde durch die band ist enorm gepusht auch wenn sie nur ein monster zurückbekommen haben aber dieses monster alleine hat einen riesen impact weil man dadurch einfach viel leichter an seine gazelle rankommt und was soll ich euch sagen gazelle ist natürlich die beste karte des decks ist nach wie vor auf 1 wird wahrscheinlich auch so bleiben aber um ehrlich zu sein wem juckt man kommt jetzt an die karte sehr sehr konstant dran und deswegen ist das auf jeden fall deck was man wieder absolut ernst nehmen sollte zusätzlich man spielt in diesem deck natürlich auch selber schon starke stufe drei monster der gute spinny eventuell eine karte die man jetzt wieder häufiger auf drei sehen wird vorher war das so eine karte die man meistens eher zwei mal gespielt hat jetzt da man diese stufe drei plays eben hat könnte ich mir vorstellen dass der spinny auf drei in einige decklisten zurückkehren wird ansonsten natürlich bei den startern flame buffalo tatsächlich aktuell die etwas bessere karte als lady debug weil lady debug ist eine karte die würde so unfassbar viele handtraps fressen ich meine wir haben ein format da spielen wir im permanence bailer und ich mein flame buffalo ist dann halt nicht ganz so anfällig dafür dass es dann eher so ein ash target womit man tatsächlich auch mal ganz gut beten kann und ist erst stufe drei das heißt damit kann man zur not immer noch weiter extenden und andere plays mitmachen also auch flame buffalo glaube ich für mich der beste starter den dieses deck spielen kann aber könnt ihr mir gerne eure meinung mal dazu in den kommentaren hinterlassen oder einfach mal dazu schreiben wie ihr das mit lady debug eben seht ansonsten seine gewinnung haben wir eben auch schon kurz darüber gesprochen natürlich eine weitere konstanz karte für dieses deck gesucht gazelle sehr sehr wichtige karte diskarte teilweise karten die man sowieso im friedhof haben möchte deswegen hier drinne wirklich sehr sehr stark ansonsten der gute will natürlich eine karte die einen ein stück weit ja um die biro drum herum spielen lässt weil dieses deck hat immer noch das ganz große problem nämlich die biro und mit dieser karte kann man halt nach in die biro immer noch ein sunlight wolf zum beispiel zurückholen die man dann zumindest mit trap hat also besser als gar nichts aber natürlich eine karte die in diesem deck hier natürlich als extender fungiert und natürlich eine sehr sehr wichtige und gute karte ist und natürlich müssen wir ganz kurz über stallio sprechen diese karte ist zurück und ist auch der grund warum dieses deck überhaupt jetzt wieder diese spielstärke hat weil ich habe es schon mal ganz kurz erwähnt gazelle ist die wichtigste und beste karte des decks und diese karte ermöglicht konstant eben an diese karte heranzukommen zusätzlich können wir damit noch problem karten des gegners outen indem wir einfach noch was bei uns sind können wenn wir die zu einem salmangrade linken monster weg linken deswegen auf jeden fall der stallion richtig richtig gute karte für dieses deck die zum glück endlich wieder zurückgekommen ist und das war lange überfällig bin gespannt wie sich das deck so in zukunft weiterentwickeln wird ansonsten access code talker otk ist natürlich auch in diesem deck möglich aber das kennen wir eigentlich ich meine salmangrade war ja danach nicht komplett tot man hat es immer wieder mal gesehen es hat oben wieder getoppt und deswegen natürlich auch ja immer noch die variante mit access code talker und was man natürlich auch noch mal erwähnen muss die counter trap die gute gebrüll ist natürlich immer noch eine sehr sehr gute karte in diesem deck und ja was soll ich zu salmangrade noch sagen es kann tatsächlich auch unfassbar viele handtraps spielen es kann 15 handtraps spielen ein riesiger haufen an handtraps und ich glaube dass das in diesem format wirklich sehr sehr interessant und sehr relevant werden könnte wenn man decks spielt wo man wirklich viel platz hat für handtraps denn ja ich habe es schon mal gesagt es wird eine handtraps schlacht werden und deswegen salmangrade für mich in diesem monat zu recht an diesem spot platz nummer sieben die guten dinosaurier und natürlich sind die immer noch hier vertreten die haben zwar ihren bandestet bekommen aber dieses deck hat an sich keine karte komplett verloren deswegen ist die nun meiner meinung nach immer noch ein sehr sehr starkes deck wie stark und wie gut es dann letztendlich am ende sein wird das kann ich euch noch nicht sagen aber ich bin mir 100 prozent sicher dass dieses deck auf jeden fall noch turniere toppen wird wie oft wie gesagt müssen wir dann eben noch mal abwarten ich meine dieses deck hat nach wie vor dreimal den oviraptor und das ist eine weitere konstanz karte zusätzlich auch noch dreimal fossil dick das heißt auch da kann man immer noch konstant eben an seinen misc mit rankommen ich meine tierverzierte archosaurier und so weiter ist natürlich nach wie vor auch alles normal spielbar um sich eben die pille zu suchen wo man dann ganz leicht die anderen place mitmachen kann wir müssen ganz kurz natürlich auch noch mal über den guten verschieden saurier sprechen der ja jetzt auf 1 gegangen ist und viele leute haben gesagt das ist der tod für dinosaurier das deck ist komplett tot und da muss ich sagen ich glaube tatsächlich auf gar keinen fall dass dieses deck tot ist weil ihr habt diese karte immerhin noch einmal ihr müsst jetzt vielleicht ein bisschen schlauer und ein bisschen mehr überlegen wann aktiviert ihr diese karte um vielleicht versuchen um handtrips drum herum zu spielen aber seid mal froh dass ihr die karte überhaupt noch auf 1 habt weil es hätte auch noch viel schlimmer kommen können vielleicht hätte man diese karte nämlich auch verbieten können deswegen ist das glaube ich so eine ganz gute lösung und die karte ist natürlich nach wie vor geisteskrank gut für dieses deck ähm tyranno glaube ich brauche ich gar nicht zu sagen die ultimative otk maschine in diesem fall und ähm solange dieses deck immer noch auf solche starken power karten zurückkeifen kann wird es auch immer ein top contender bleiben der einfach immer andere decks völlig auseinander nehmen wird und ich meine ihr habt jetzt kürzlich erst support bekommen also die ganzen dinos spieler äh in form von scrap und der gute scrap raptor der macht einen wirklich richtig guten job und ich denke dass aufgrund dieser ganzen scrap engine die man da drin spielt die ist natürlich ein stück weit rig-anfälliger aber das deck kann dadurch immer noch sehr sehr starke boards aufbauen und ich bin gespannt ob man das deck jetzt immer noch mehr go first spielt oder ob man da jetzt eher wieder auf eine go second variante switchen wird da bin ich auf jeden fall sehr gespannt ansonsten über schrott blindwurm und co habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen sind da sehr sehr viele schöne kombos möglich zusätzlich ist es natürlich nach wie vor auch ein deck was immer noch mystic mind spielen kann ohne probleme ich meine es gibt ja jetzt das ein oder andere deck in diesem format was das auch wieder sehr sehr gut kann aber mine ist immer noch eine card die spiele gewinnen kann was man leider einfach so hier nochmal erwähnen muss und ihr könnt natürlich immer noch eine sehr sehr große konstanz spielen weil ihr könnt hier drin im topf des wohlstandes spielen das stört dieses deck nicht sonderlich deswegen natürlich auch noch ein weiterer punkt der auf jeden fall für dino spricht deswegen würde ich sagen dino auf gar keinen fall abschreiben deswegen auf jeden fall in diesem monat für mich immer noch platz nummer sieben kommen wir zu platz nummer sechs und ja ihr seht richtig es ist tatsächlich dragon link weil jeder der geglaubt hat dass dragon link jetzt tot ist durch einen lp ben der liegt da leider falsch ich meine das deck hat zusätzlich auch noch den striker dragon auf 1 gehittet bekommen sind natürlich sehr sehr gute hits und das deck ist auch nicht mehr das beste deck aber immer noch ein deck was auf jeden fall in manchen situationen sieben interruptions legen kann ich habe mir vor diesem video hier erst noch ein anderes kleines kombo video reingezogen zu den guten dragons und ja schauen wir mal drüber ich meine wir haben hier auf jeden fall immer noch die komplette rocket engine alive die eigentlich meistens immer alleine in ball savage mindestens ist oder eben als sehr sehr guter extender fungiert seifert weitere konstanz karte kennen wir alle brauchen wir nicht mehr drüber sprechen chaos space genau das gleiche guter player öffner weltvermächtnis wachdrache eine karte die jetzt eigentlich noch ein bisschen wichtiger geworden ist als früher weil man den zusätzlichen extender aus dem friedhof öfter mal braucht um überhaupt weiter zu spielen und natürlich zonen shiften ist natürlich immer noch wichtig weil ja es gibt immer noch pisti und der ist auch eine wichtige karte für dieses deck gut sektor starte nach wie vor eine der wichtigsten karten des decks über den macht man die meisten kombos und wenn man diese karte aufhält was man davor eben auch schon gemacht hat dann ist da eben auch sense also auch immer noch eine richtig gute karte und natürlich drachen mädchen putz aktion ich meine es ist vielleicht nicht mehr ganz so konstant mit den ganzen chambers weil man sie halt nicht mehr über ap specialen kann aber man kann es natürlich immer noch hard draw haben und dann ist das eben einfach immer noch sehr sehr gut ich meine ist ein bisschen random aber wenn man es hat ist es nuts und natürlich müssen wir über pisti ganz kurz sprechen denn pisti ist jetzt einfach noch viel viel wichtiger geworden als er ist davor schon war ich meine wurde davor in jede kombo schon einfach integriert jetzt ist er da einfach noch viel viel wichtiger weil er noch eine weitere ressource zurück holt und ja was soll ich euch sagen ich glaube ihr wisst das alle wie das da funktioniert hier radix seal nach wie vor eine karte auf die man in diesem deck wirklich sehr sehr leicht drauf kommt und natürlich auch eine karte mit der man irgendwo durch nibiru spielen kann weil wenn nibiru kommt dann bekommt man damit einfach nochmal eine neue ressource eben aufs feld womit man dann nochmal weiter spielen kann deswegen natürlich hier auch nochmal ein punkt dass dieses deck immer noch ganz okay durch nibiru performt und natürlich gibt es auch immer noch kombos wo man über den guten chaos herrscher spielen kann ich hätte auch nicht gedacht dass diese kombos noch möglich sind aber es ist tatsächlich möglich nach wie vor die ganzen kombos damit zu machen wo man auf den glühenden rot drachen erz unterwelt da kommt das heißt es kann hier wirklich noch sehr sehr gute endboards legen das ganze savage dragon ist klar wird in diesem deck sowieso gespielt absolut standard und was jetzt aber vielleicht nicht so standard ist meistens holt man sich mit dem seal danach den guten eta oder ich weiß nicht wie der sich genau ausspricht um einfach nochmal eine karte oder monster auf dem spielfeld wählen um es zu dann ja zu verbannen letztendlich das ist auf jeden fall nochmal sehr sehr gut das sind so ein paar andere optionen die man jetzt hier in erwägung ziehen muss weil man es einfach ein bisschen anders spielen muss aber es ist wirklich sehr sehr gut immer noch und was ich auch gesehen habe die einige listen oder ein paar davon spielen jetzt mit der guten nummer 22 zombie stein weil man das ganze halt overlayen kann eben ja mit levianir unter anderem weil man braucht zwei finsternes monster der stufe 8 das ist auf jeden fall sehr sehr stark und diese karte ist dann auch nochmal quasi ein book of moon ist eine wirklich gute karte und deswegen sollte man die guten dragons hier nicht unterschätzen die sind immer noch ein sehr sehr gutes deck und wir gehen weiter zum nächsten deck platz nummer 5 und ja sky striker ist zurück und ich habe eigentlich erst so am anfang so gedacht ja eigentlich macht die einen gaucher gar nicht so viel in diesem deck aber ja irgendwie macht jedoch ganz schön viel in diesem deck weil das deck hat davor hin und wieder schon mal getoppt und jetzt ist es noch ein bisschen konstanter möglich schauen wir mal rein was da so möglich ist ich meine über ray und rose brauche ich brauche man nicht sprechen das ist standard wie früher einfach zwei wichtige karten die ray ist auf jeden fall noch deutlich wichtiger eben als die rose weil die ray will man natürlich ganz klar im friedhof haben um seine weiteren plays dann machen zu können rose sicherlich auch eine interessante und gute karte die ein bis zwei mal in den meisten listen gespielt werden wird aber halt nicht ganz so wichtig wie die ray ja effekt wähler eine karte die man vermutlich in jeder dieser listen sehen wird weil man halt nach wie vor den guten selene access code talker otk eben machen möchte und das ist in diesem deck halt der mit einzigste weg um den gegner wirklich konstant zu otkern deswegen sollte man das natürlich auch in erwägung ziehen ansonsten ja engage ich weiß tatsächlich nichts was konami sich dabei gedacht hat engaged zurückzubringen weil ich glaube das war nicht so gut und ich könnte mir auch vorstellen dass geistracker jetzt wieder eins der top 5 decks unseres format ist ob sich das ganze dann wirklich so bestätigt das bleibt dann absolut abzuwarten und vor allem auch ja wird engage in anderen decks gesplasht werden was ich da als großes fragezeichen sehe weil immerhin könnte man einen engage spielen zusammen mit einer horne drones und das könnte man dann in jedem krieger deck quasi als zusätzlichen extender nutzen jetzt nicht vielleicht unbedingt als draw karte sondern als konstante krieger extender karte einfach mal so dahingesagt das ist auf jeden fall sehr interessant und engage alleine ist ja so gesehen eigentlich auch immer ein dragoon weil theoretisch kann man ja einfach dann die kagari basteln mit kagari holt man sich die horne drones zurück und aus der horne drones baut man dann einfach eine link spider und linkt das ganze weg zu anaconda und so weiter ich glaube den rest brauche ich nicht erläutern deswegen weiß ich nicht was ich davon halten soll sehr sehr gefährlich aber natürlich freut es mich für die sky striker spieler und ja wir haben sky striker auf jeden fall zurück und ich meine multi roll ist auf jeden fall auch am start eine sehr wichtige karte für dieses deck brauche ich glaube ich nicht nur mal drüber sprechen widow anchors auf drei das heißt wir haben dieses deck fast full power spielbar nur dass halt ein paar karten auf eins sind aber ansonsten natürlich wird ein keine wirklich sehr sehr gute karte aber was ich auch mal sagen muss dieses deck hat immer noch Probleme mit dragoon soweit ich weiß das muss man natürlich ein bisschen schauen wie dieses deck dagegen spielen wird shark cannon in diesem format natürlich auch eine sehr sehr gute karte wir haben einige decks die mit dem friedhof arbeiten tritron tribrigade und das natürlich die gute shark cannon auch eine sehr sehr interessante karte die man hier auf jeden fall nochmal erwähnen sollte und natürlich mystik meinen man hat es davor schon gesehen sky striker ohne mine ist fast nicht vorstellbar deswegen natürlich auch eine der klassischen standard karten hier drin und ja wir haben kagari auf drei und engage auf eins das heißt ihr könnt eigentlich jeden spielzug euch schön die engage wieder zurückholen weil kagaris habt ihr ja genug und das ist halt super broken das ist auch glaube ich einer der gründe warum dieses deck wieder so gut ist und natürlich könnt ihr euch die engage auch ohne Probleme mit shizuku suchen was natürlich eigentlich jedem direkt klar war deswegen weiß ich tatsächlich noch nicht was ich von dieser ganzen sache halten soll ich habe es eben schon mal angesprochen selin access code talker otk ist natürlich auch immer noch mit von der partie eine der win conditions dieses decks und ja wir können da wirklich gespannt sein wie sich dieses deck weiterentwickelt deswegen sky striker platz nummer 5 platz nummer 4 sind die guten streichbuben und dazu muss ich erstmal sagen warum finde ich dieses deck wirklich so gut zum einen dieses deck spielt unfassbar viele starter und braucht tatsächlich gar nicht viel um seine combos reinzukommen hat dann zusätzlich halt auch noch ganz ganz viel platz um richtig richtig viele handtraps zu spielen und da das in diesem format wirklich sehr sehr wichtig sein wird sehe ich prank hits tatsächlich sehr weit oben und zusätzlich ist es aktuell glaube ich das zweitbeste combo deck was wir aktuell im format haben müssen wir natürlich trotzdem nochmal abwarten wie sich dann letztendlich so entwickelt aber ich sehe es wirklich sehr sehr gut miau miau macht letztendlich ja so ermöglicht dem deck eigentlich alles lässt ihn einfach in die combos einsteigen und auch der grund warum dieses deck mit überhaupt so gut ist ansonsten pandemonium haben wir schon häufiger drüber gesprochen sehr sehr gute karte für dieses deck ansonsten natürlich auch der kampf kobold da bin ich wirklich gespannt wie sich das entwickeln wird ob man mehr kampf kobold oder jetzt auch mehr röhrröster spielen wird weil wir haben jetzt tatsächlich durch sky striker wieder ein background deck zurückbekommen deswegen bleibt für mich das fragezeichen wird man beide spielen oder wechselt man jetzt tatsächlich auf den röhrröster den man tatsächlich manchmal gar nicht mit den listen sieht sondern eher den kampf kobold das bleibt sicherlich auch nochmal interessant abzuwarten wie sich dann letztendlich rauskristallisiert ansonsten natürlich auch access core talker hier eine wichtige karte weil auch dieses deck kann sehr sehr leicht und sehr schnell auf den otk durch diese gute karte eben gehen ich meine ganz viele decks machen das so warum sollte dann das eigentlich auch machen ansonsten röhrlich umwerfend auch eine karte die dieses deck nach wie vor problemlos spielen kann und naja wenn man sie spielen kann und danach safe durchspielen kann warum sollte man das ganze dann nicht tun deswegen sehe ich brand kids immer noch als wirklich sehr sehr gutes deck an schreibt mir eure meinung zu brand kids gerne mal in die kommentare und wir gehen weiter zum nächsten deck kommen wir zum treppchen und zwar platz nummer drei sehe ich das gute star brigade deck die guten drei brigades und da muss man natürlich erst mal sagen irgendwo ist dieses deck so ein kleiner verlierer von dieser brand ist weil ja ob das ganze noch so gut ist mit suddick zu spielen das mag ich eher zu bezweifeln natürlich kann man immer noch über suddick gratis starten und macht dann daraus letztendlich ein link monster durch die check in ein combos mag vielleicht immer noch ganz nett sein zusätzlich kann man da also immer noch ein zeus draus basteln das darf man natürlich auch nicht vergessen ist auch immer noch eine ganz nette option aber ich glaube tatsächlich nicht dass das the way to go ist aktuell weil ich glaube tatsächlich dass man eher die rettungskatze spielen würde ich meine das hat man bei einigen listen schon bei den remote duels gesehen und ich glaube auch das ja letztendlich wird sich hier durchsetzen könnte ich mir zumindest vorstellen schreibt mir gerne eure meinung zu der guten rescue cat unten in die kommentare ich für meinen teil sehe das noch so als großes fragezeichen weil es natürlich eine karte ist die sehr sehr viele handtraps fressen wird ist so ein bisschen zu vergleichen mit tour guide finde ich wenn man sich das mal anschaut aber naja wenn sie durchkommt ist es natürlich sehr sehr stark ansonsten gibt es natürlich eine weitere möglichkeit in diesem deck jetzt und zwar ist das natürlich die ganze lyrik leader vogel engine die man früher auch schon mal gespielt hat das deck war dann teilweise nicht mehr so populär damit zusammen vielleicht kommt das ganze jetzt wieder ein bisschen zurück und ist vielleicht sogar die beste variante weil die kann natürlich auch konstant nochmal einen zeus bauen vielleicht nochmal ein wichtiger punkt wer weiß aber ich wollte es zumindest hier nochmal erwähnt haben und natürlich können diese ganzen deck varianten auch immer noch über die gute barriere statu spielen eben mit dem guten simorg ist sicherlich auch nochmal ein interessanter punkt den man nochmal beachten sollte das heißt dieses deck hat auch immer noch wirklich viel was es machen kann tanky wurde nicht gehittet das heißt ihr habt auch immer noch eine rota die quasi dreimal spielbar ist das ist auch nochmal ein guter und wichtiger punkt und natürlich habt ihr die gute bearbrom die ist natürlich eine der wichtigsten karten in diesem deck um einfach letztendlich die revolt zu suchen und solange solche plays eben möglich sind gerade über die revolt ist dieses deck wirklich sehr sehr stark es bleibt nur abzuwarten wie gut es letztendlich zu spielen sein wird bei dieser handjob schlacht ob es dadurch dann raus rotiert oder nicht aber ich für meinen teil glaube und sehe das immer noch als wirklich wirklich gutes deck weil schurek einfach eine extrem starke karte ist die einfach ungetargetet eine karte banischen kann und das meistens ja als zusätzlicher interrupt zu dem rest was das deck sowieso schon legt einfach letztendlich ausreicht und wie gesagt zeus ist auch noch eine karte die man hier konzidern kann die man natürlich in verschiedenen engines dann einfach noch dazu basteln kann das denke ich ganz nett aber wir müssen ganz klar abwarten wie sich dieses deck entwickeln wird aber naja ich glaube eine große konstanz hat es trotzdem und sehr sehr viel potenzial schauen wir mal rein zu platz 2 Platz Nummer 2 ist Isma wieder Invoked wir haben ein neues Format und immer wenn wir neue Formate haben ist Invoked meistens eins der besten Decks was wir ganz oben mit dabei haben weil noch keiner so richtig weiß ja wie wird sich das Format entwickeln und dann ist Invoked meistens so die erste Wahl und ja das Deck hat natürlich immer noch kein Baneset bekommen es ist immer noch full power spielbar und natürlich sprechen wir hier nicht nur von Invoked sondern wir sprechen von Invoked Dogmatica statt Doll und da sind natürlich immer noch alle Power Karten vorhanden und man kann damit immer noch alles machen was man vor der Banest eben auch machen konnte Dogmatica Punishment immer noch eine wichtige Karte in diesem Deck generell die ganze Dogmatica Engine insane gut haben wir heute auch schon drüber gesprochen und ja ein ganz wichtiger Punkt den man hier erwähnen muss ist Winda ganz ganz viele Decks haben einfach ein Auto Loose gegen Winda insbesondere auch gerade Dreidron hat ein großes Problem mit Winda aber das ist nur ein kleines Beispiel also Winda immer noch eine der mächtigsten Karten in diesem Deck Apkalon auch eine sehr sehr wichtige Karte um eben überhaupt in diese ganze Winda Engine eben da rein zu kommen wurde auch nichts gemacht nach wie vor genau spielbar das ganze eben über Nadi Servant enorm leicht zu ermöglichen Konstanz hat dieses Deck natürlich auch über Topf des Wohlstandes der natürlich aktuell ja in jeder Variante so davon gespielt wird muss man natürlich nicht spielen aber es ist eine weitere Option um eben einfach die Konstanz des Decks nochmal zu verbessern Super Polly auch eine Karte die man jetzt vielleicht wieder in Erwägung ziehen könnte man muss natürlich abwarten wie sich das Format entwickelt aber einfach eine Karte die ich hier nochmal ansprechen wollte Schisma muss man einfach eben hier nochmal erwähnen ist einfach der Winda Faktor der einfach dieses Deck so gut macht und dem einfach die weitere Interruption gibt es einfach ja eine Floodgate die man sich quasi dadurch aufs Board legt habe ich ja eben schon mal kurz drüber gesprochen eine sehr sehr wichtige Karte zusätzlich kann man natürlich in diesen ganzen Invoked Listen auch ganz ganz viele Handtraps immer reinpacken die das Format eben gerade so braucht also ich denke das wird auf jeden Fall wieder ein richtig richtig gutes Deck werden und jetzt schon mal rein zu Platz 1 Platz Nummer 1 ist für mich Drytron und es wird auch das Deck to Beat sein da bin ich mir relativ sicher das große Fragezeichen was ich mir hier allerdings stelle ist wird dieses Deck überhaupt ein Turnier gewinnen wenn sich wirklich alle anderen Decks darauf extrem vorbereiten also gerade mal auf den Blick auf die YCS gerichtet wenn da wirklich jedes Deck so unfassbar viele Handtraps spielen wird wird dieses Deck dann tatsächlich so gut abschneiden das ist hier halt die große Frage ansonsten wenn dieses Deck durchkommt und seine Kombo legt dann ist es auf jeden Fall das beste Deck was unser Format für uns bereithält weil dieses Board das bricht keiner mehr da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster weil das ist wirklich insane wir schauen mal rein ich meine alleine Benden solange dieses Deck noch Benden hat ist es einfach insane gut aber nicht nur Benden ist mittlerweile hier drin gespielt sondern auch die Daten und Natascha sind wichtige Karten die mittlerweile eigentlich ja komplett Standard sind und die auch wirklich sehr sehr gut sind für dieses Deck ansonsten Diviner of the Heralds ich glaube ja brauche ich dazu was sagen Diviner ist einfach geil ist das krank für dieses Deck weil der ermöglicht einfach direkt ein Herold des Bogenlichts tatsächlich aber auch eine Möglichkeit über eine Entes zu spielen also eine sehr sehr flexible Karte die natürlich dann auch die Stufe annimmt und man damit einfach wirklich leicht auch in seine XC-Plays eben reingehen kann eine sehr 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 gute Karte Fafnir müssen wir natürlich auch kurz drüber sprechen die Karte ermöglicht dem Deck auch so einiges ich meine diese ganzen ja Ritualbeschwörungen eben durch sein Materialabhängen machen es dem Deck natürlich sehr sehr einfach seine guten Bossmonster aus Bord zu bekommen natürlich unter anderem auch Karten wie der Herold der Endgültigkeit der wirklich völlig geisteskrank ist der ist einfach ein Omni Negate und das halt nicht mal als Once per Turn sondern so viele Karten wie ihr damit einfach von der Hand discarden könnt so oft könnt ihr halt auch negieren das ist halt insane gut und natürlich den Herald of the Orange leitet den man sich wirklich konstant eben über die Eva dann sucht und damit einfach nochmal weiter negieren kann das ist wirklich gut und um da nochmal vielleicht ganz kurz irgendwie drauf zu schauen das Ganze ist natürlich nicht nur einmal möglich sondern die Karte ist auch kein Once per Turn und zusätzlich kommt man da sehr sehr leicht dran dann eben über die Beatrice werde ich euch auf jeden Fall dazu auf jeden Fall auch nochmal einblenden weitere Konstanz Karten sind natürlich Cyber Notfall wo man sehr sehr leicht an seine Karten mit rankommt und natürlich Topf des Wohlstands ob man den dann letztendlich in jeder Liste sehen wird ist fraglich weil das Deck ja sowieso schon sehr sehr droll anfällig ist deswegen muss man sich gut überlegen ob man da wirklich solche Karten spielen möchte aber ich bin mir relativ sicher dass das unsere ja das beste Deck unseres Formats ist schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare und ja wir sind schon wieder durch mit den 10 besten Decks die ich als die Top Contender für das kommende Format ansehe und wir werden uns das im kommenden Monat wie gesagt nochmal ganz in Ruhe anschauen welches dann die wirklich Top 5 Decks daraus werden und ja in diesem Sinne würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao